Aber Leute, heute mal was ganz anderes und zwar mein aller, 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 aller erstes Unboxing-Video. Die normalen Mädchen in meinem Alter würden jetzt eine Glossybox oder irgendeine andere Beautybox unboxen, aber wir tun uns mit Ü-Eiern. Momentan gibt es von Ü-Ei wieder Jungen- und Mädchen-Editionen, wobei ich glaube, die Jungen-Editionen werden sich auch viele Mädchen holen, weil sich in ihnen Minions befinden und jeder liebt Minions. Außer mir. Eine Person, die ich nicht leiden kann, liebt über alles Minions und deswegen übertrage ich immer den Hass von ihr auf die Minions. Tut mir leid. Mädchen-Ü-Eier. Schauen wir uns mal die Verpackung von vorne an. Es sind zwei My Little Pony-Figuren garantiert. Insgesamt befinden sich vier Überraschungseier darin und der ganze Spaß kostet 2,69 Euro. Es gibt vier Ponys und vier Equestria Girls und ich will Rainbow Dash und Pinkie Pie. Bitte, 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 bitte. Ich bin voll aufgeregt. Ich will das vorsichtig machen. Ich weiß gar nicht, das hört sich alles nach Puzzle an. Schokolade braucht hier keiner. Nicht die, die ich wollte. Sind ja Haare dran. Fluttershy. Da ist doch noch so ein Kamm dabei. Was tue ich hier gerade? Nummer 2. Ja! Oh Mann. Rainbow Dash. Was mega krass wäre, wenn jetzt hier auch noch zwei Ponys drin wären. Boah, ich dachte gerade schon. Oh ne. Was ist das? Das Ding soll springen können. Egal. Interessiert uns nicht. Fehlt das Ei. Ein Löwe. Aber wenigstens muss man es nicht aufbauen. Das ist schon gut. Ein Puma. Mensch. Ist ganz süß. Das war es dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet wenigstens ein bisschen Spaß. Also ich hatte voll Spaß. Abonniert, um keine weiteren Videos zu verpassen. Tschöö.